Hallo, ich bin Kugel und wir schreiben das Jahr 2023 und ich habe gerade gelesen im Internet, dass der Gewerbeverein Michelstadt eine Veranstaltung gemacht hat und die ein voller Erfolg war. Damit ist der Gewerbeverein nun auf dem Weg in die Vergangenheit mir fast über 20 Jahre voraus. Das ist schon eine Leistung. Wenn man sich die Geschichte der Internetdomain michelstadt.com anschaut, dann fragt man sich wirklich, ob da ganz bestimmt der Satz, den ich in meinem ganzen Leben so verinnerlicht habe, stimmt. Und zwar schon vor der Jahrtausendwende habe ich den Satz verinnerlicht und der hieß, im Internet fressen nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und da kam es dazu, dass ich im Jahre, naja gut, vor der Jahrtausendwende, es könnte sein, also ich war mit meinem damaligen Freund Jörg Wiegand, Rundfunksprecher beim hessischen Rundfunk unterwegs in Florida. Und der Jörg Wiegand hatte damals seine IFA, also er hatte eine zweimotorige Maschine auf dem Michelstädter Flughafen stehen. Und dann haben wir gemeinsam einen Trip gemacht nach USA. Also er wollte seine IFA, die Instrumentenflugberechtigung machen, um mit der Maschine dann auch große Flughäfen anfliegen zu können. Und ich habe bei der Gelegenheit die Chance genutzt und habe ein paar Flugstunden gemacht. Da ich ja aus der Reisebranche komme, war ich ja mindestens schon 25 Mal in den USA und wir hatten in den USA eine Incoming-Agentin, die hieß Mark & Ivins. Und die hat also immer, wenn ich Gruppenreisen veranstaltet habe, die Organisation vor Ort gemacht, also die Hotels reserviert und die Transfers gemacht. Und wir sind damals auf die Idee gekommen und haben eine Firma gegründet, der Jörg Wiegand und ich, das ist die, die ihr da unten seht, jetzt wenn ich mit der Maus drüber gehe, das war die Oft International Incorporation. Und diese Firma hat damals, waren die Com-Domains in Europa noch unheimlich teuer und wir haben damals in den USA für eine Amerikanerin, nämlich für die Mark & Ivins, die Michelstadt.com reserviert. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich zu der Zeit als Unternehmer mit Reisebüros in Michelstadt und in Erbach und in Baden-Baden und ich glaube, gar mich hatte ich da noch nicht, das kam etwas später, im Gewerbevereinverein in Michelstadt und da ich, wie schön ist, ist immer toll. Man nennt den Herrn, der 25 Jahre später eine Veranstaltung gemacht, Internet-Enthusiast. Also ich war auch enthusiastisch und habe immer an die Zukunft geglaubt im Internet und habe dann versucht, meinen Gewerbevereinskollegen zu erklären, wie wichtig es doch ist, dass wir die Michelstadt.com haben. Also es ging mir gar nicht darum, dass ich sie hatte, sondern man sieht also hier schon, was beabsichtigt war. Also zunächst einmal gab es damals ja noch keine Social Media. Es gab, was es gab, war Suchmaschinenmarketing, da hatten wir schon richtig Erfolg. Das heißt, man brauchte ja einen angenehmen Domain-Namen, damit man in Suchmaschinen auch gefunden wird. Und so habe ich damals meinen, also vor der Jahrtausendwende, und das muss, ja klar, Jörg Wiegand ist 99 gestorben, der liegt am Friedhof in Steinbuch und er ist damals, es hat ihm also die Instrumentenflugberechtigung, die er in den USA gemacht hat, dann doch nicht geholfen, weil er ist bei einem Flug zum Stones-Konzert nach Leipzig irgendwo unterwegs abgestürzt. Und da war er gerade etwas über 30, also er liegt in Steinbuch am Friedhof. So, wie gesagt, wir haben die Domain reserviert. Damals, also auf die Firma, oft International Incorporation, die da übrigens als Copyright in dem Bild, das dahinter liegt, ist eingetragen. Übrigens, das Bild, das ihr da seht, ist kein Bild, sondern das ist ein Auszug von Archiv.org. Also es gibt mittlerweile ja, und einige Profis wissen das, es gibt eine Firma in den USA, die alle Webseiten auf der ganzen Welt gespeichert hat, und zwar auch, wenn die schon ganz anders aussehen. Also was ihr hier seht, das sieht man hier, das ist also ein Screenshot, die haben praktisch, als ich die Domain gehabt habe, noch keine Screenshots gemacht. Die ersten Screenshots von der Domain michelstadt.com kamen am ersten Metz 2001. So sah das damals aus. Und so habe ich damals versucht, meinen Gewerbevereinskollegen und anderen Unternehmen und Commercial, deswegen com, michelstadt.com, ist im Gegensatz zu michelstadt.de, ja, die michelstadt.de, die beansprucht die Stadt, weil es die Stadtverwaltung ist, aber die michelstadt.com ist eindeutig damals reserviert worden für die kommerziellen Zwecke, also für die Unternehmer in michelstadt. Und die erste Idee war, weil man damals ja noch keine Social-Plattformen gehabt hat, die erste Idee war, wir machen jetzt, ich schlage jetzt meinen Gewerbevereinskollegen vor, dass sie keine T-Online-E-Mail-Adresse brauchen oder Online-E-Mail-Adressen oder die ersten, die es war, sondern wenn man die Domain michelstadt.com hat und dann kann man auch unendlich viele E-Mail-Adressen anlegen. Und hier links seht ihr, das war mal so eine Idee, da steht dann Autohaus at michelstadt und was auch immer und Shop at michelstadt, beziehungsweise da stehen ja schon die späteren Ideen drin, da stehen ja sogar schon die, das ist ja nicht mal mehr, ha, ich war ja noch schneller, das war ja davor, da sind ja schon die Internet-Domains für die ganzen, die Internet-Domain-Angebote für die ganzen Michelstädter Unternehmer drin. Also das heißt, man kann ja nicht nur Shop at michelstadt.com benutzen, sondern als E-Mail, Shop at michelstadt.com, sondern man kann ja auch htpshop.michelstadt.com benutzen. Und jeder hätte so seine eigene Webseite schon gehabt. Wir hätten dann ein großes Portal gehabt, schon vor der Jahrtausendwende, in der wir Michelstadt so richtig vorangebracht hätten. Jeder hätte die E-Mail-Adresse benutzt, at michelstadt.com. So, wenn er eine E-Mail verschickt hätte, dann hätte man auch sofort anhand der E-Mail gesehen, dass dahinter auch die Domain-Mittelstadt kommt. Und das war die Idee. Und wie immer, wenn das so ist, der Odenwald ist besonders schnell, deswegen habe ich ja gesagt, der Gewerbeverein ist mir auf dem Weg in die Vergangenheit, nach der Veranstaltung, die er jetzt 2023 gemacht hat, etwa 25 Jahre auf dem Weg in die Vergangenheit voraus. Und das tut mir eigentlich leid, weil ich immer auf Verständnis gehofft habe, dass ich ja gar nicht wegen Geld, weil die Domain, die kostet eigentlich einen Bruchteil. Mir ging es darum, irgendwie auch damals schon im Cross-Marketing zu arbeiten. Das heißt, wenn viele Leute auf einem Portal sind, dann haben die alle auch eine gewisse Wirkung innerhalb des Portals für jeden, der auf das Portal geht. Also, wenn eine Bank da eine Webseite hat, dann wird der Schuhverkäufer natürlich im Cross-Marketing auch auffallen. Das war so die Idee. Wie gesagt, wir haben, das seht ihr hier bei Archiv.org, den ersten Eintrag am 1. März 2001 gehabt. Und es geht eindeutig aus der Seite hervor. Und da gibt es auch, ihr könnt ja selber reingehen. Also, ich bin jetzt nicht mit dem Videoausschnitt nicht ganz so weit oben. Aber ihr könnt ja mal auf archiv.org gehen und dann Domains eingeben, die ihr überprüfen wollt. Und dann werdet ihr sehen, dann sind auch alle anderen Domains, die wir bereits haben, also von Odenwald TV, seit wann wir das machen, was ich nie verstanden habe, wenn ich den Kollegen aus dem Gewerbeverein Michelstadt das erklärt habe. Da haben die mich mir völlig entgeistert angeguckt und gemeint, ich wäre völlig bescheuert. Das wären absolut dumme Ideen. Aber wie gesagt, das, was ihr hier seht, ist bereits vor der Jahrtausendwende, also über 20 Jahre her, als Idee gekommen. Und heute macht man Veranstaltungen und will das Ganze nochmal den Leuten erklären. Also wie gesagt, langsamer geht es nicht. Das Witzige dabei ist, die Michelstadt.com ist mittlerweile, weil ja keiner den Wert gesehen hat im Bereich des Domain-Marketings und des Online-Marketings, ist jetzt auf die Gruppe Meine Stadt Michelstadt, also immer noch, immer noch nicht für mich als Unternehmer eigenständig, obwohl ich mittlerweile auch den Michelstadt-Job betreibe und den Odenwald-Job betreibe und den Erbach-Job betreibe und der Wiesbaden-Job in der Schublade liegt und was auch immer. Aber es ist immer noch so, dass ich im Grunde denke, irgendwann müsste doch der Michelstädter Unternehmer mal verstehen, dass eine Bündelung der Angebote und auch ein Online-Verkauf zusammen mit einem Offline-Verkauf in einem großen gemeinsamen Projekt die beste Lösung ist. Aber die haben mich immer angeguckt und haben gedacht, ich bin völlig bescheuert, wenn ich so einen Vorschlag mache. Aber wenn man das hier sieht, fragt man sich, wer ist eigentlich bescheuert. Wie gesagt, nachdem ich das gelesen habe, dass der Gewerbeverein nun diese Veranstaltung gemacht hat, für alles das, was da drin steht, das ist alles ja schon wieder viel zu spät. Weil ich kann euch auch genau sagen, welche Zugriffszahlen auf Michelstadt.com sind, wie alt die Leute sind auf Facebook und das hat er euch wahrscheinlich nicht gesagt, weil wir kriegen natürlich durch die Tatsache, dass wir mehrere Seiten haben in den verschiedenen Social-Media-Plattformen, haben wir natürlich auch immer eine Statistik. Also ich weiß immer ganz genau, dass zum Beispiel Facebook mittlerweile völlig vom jüngeren Publikum abgedriftet ist. Die Spitzenabrufzahlen kommen von Leuten, die über 45 sind. Im Endeffekt ist es so, dass es immer noch ungefähr zehnmal mehr Leute bis 65 gibt, die Facebook nutzen als junge Leute. Also man muss genau wissen, was man macht. Deswegen haben wir mittlerweile auch einen TikTok-Account oder einen Instagram-Account. Aber da muss man wissen, was bietet man wo an. Mag sein, dass das der Herr auch schon gesagt hat, aber das hätten wir euch schon vor. Was soll es sein? Ich habe gerade geguckt, die Michelstadt.com-Seite bei Facebook, das ist ja dasselbe Produkt. Also wir haben dann, nachdem es keiner verstanden hat, haben wir Michelstadt.com bei Facebook angelegt. Und die ist bereits bei Facebook seit 2012. Also seit 22 Jahren bin ich dann wieder hergegangen, habe gesagt, okay, wir machen eine Michelstadt-Commercial-Seite für alle, die sich da schon auf der Michelstadt kommen. Es gibt ja auch, es sind ja genügend Leute da. Also ich meine, das ist klar. Wir machen dann für alle eine Plattform, in der sich die kommerziellen Angebote, im Gegensatz zu der Michelstadt.de, die kulturelle Angebote machen kann oder nicht. Wir machen dann eben, wie gesagt, eine Facebook-Seite. Vor zwölf Jahren habe ich einfach mal Michelstadt.com gemacht für Facebook und habe gedacht, naja, das wird jetzt genutzt. Man erkennt also, dass Michelstadt.com der beste Platz ist für das Marketing der Unternehmer in Michelstadt. Es war nie eine Rechnung zu stellen, ich habe nie Geld dafür verlangt, sondern es ging mehr darum, dass die Reichweite von Michelstadt.com erst mal aufgebaut werden müsste. Also wie gesagt, ich will es jetzt hier nicht so lang machen. Ich sage nun mal, freut euch, ihr habt eine tolle Veranstaltung hinter euch gebracht, ihr wisst jetzt viel. Ich bin offensichtlich zu langsam oder ich kann es zu schlecht, ich wollte nie Geld verdienen. Jetzt, wo auch mein Leben eher in Endphase ist, da kann ich auch mal die Wahrheit sagen. Also Kollegen aus dem Gewerbeverein, freut euch, dass ihr so viele gute Veranstaltungen kriegt und dass man euch auch 20 Jahre nachdem, ihr hättet schon einen Riesenerfolg haben können, dass man euch dann, oh, jetzt bin ich doch tatsächlich, ich will wieder zurück, einen Social Media Workshop gekriegt hat. Man muss sich das vorstellen, Social Media Workshops gab es eigentlich ja zu meiner Zeit, als Michelstadt.com war noch nicht, weil es kein Social Media gab. Aber Michelstadt.com bei Facebook gibt es bereits seit 2012. Also wieso macht man einen Social Media Workshop und geht nicht einfach her und lädt mich mal ein und sagt, okay, was kann man denn mit Michelstadt.com anfangen? Was übrigens seit 2012 als Plattform da ist. Also wer trotzdem noch, aber ich kenne das, also mir hat mal, ich habe einen früheren Geschäftspartner aus Erbach gehabt und ich werde auch nicht mehr, ich habe nicht umsonst mein T-Shirt an, da steht immer drauf und das wird die anderen ablehnen. Also man wird auch nicht mehr auf mich zukommen. Ich habe mal einen frühen Geschäftspartner, einen Professor aus Aschaffenburg, gefragt, immer wieder, als wir damals die Michelstadt.com haben, ich habe gesagt, sag mal, kannst du mir mal erklären, wieso ich da nicht durchkomme mit meinen Ideen? Und er hat gesagt, Edgar, du bist denen einfach zu schlau. Also wer trotzdem noch Interesse hat, auf eine wirklich erfolgreiche Schiene zu laufen, weil wir wissen ja, wie viel abruft es, alleine wenn man sich dieses Odenwald TV anschaut. Wir haben bei Odenwald TV ein Video abrufen, das wissen die wenigsten, weil ich brahle ja nicht, im Gegensatz zu anderen, die das machen. Ich habe auch keine Lust mehr, weil mir reicht meine Rente, um nett zu leben. Ich war dieses Jahr schon viermal auf Kreuzfahrten. Aber es ist doch eigentlich schade drum, dass dieses ganze aufgebaute, diese ganze aufgebaute Online-Marketing-Geschichte für Michelstadt mit mir ins Grab geht. Wenn ihr, das verstehe ich nicht. Also wie gesagt, Michelstadt.com in Facebook ist alleine schon zwölf Jahre alt und wird auch dementsprechend angeguckt. Oder meine Stadt, Michelstadt hat, ich glaube, mehr als 2000 Mitglieder. Also das ist die Gruppe in Facebook. Also die wird schon mehr genutzt. Also die wird von Privatseite sehr stark genutzt. Also wenn mal Wohnungssuchende da sind oder das oder jenes. Also man muss nicht nur rein theoretische Veranstaltungen halten, was könnte man machen, sondern es gibt ja eigentlich schon alles, was man auch nutzen kann. So, ich habe es jetzt mal rausgelassen. Ihr seht auch selbst hier, dann wird hier bei euch gerade erzählt, dass jetzt die KI kommt, also die künstliche Intelligenz. Wer meine Seiten gesehen hat, der weiß, dass ich mit KI schon seit über zwei Jahren arbeite. Also das heißt, ich lasse immer künstliche Figuren, Texte sprechen, die man einfach nur reintippt. Aber da kann man auch umgekehrt machen. Also ich kann auch dem Landrat seine Stimme aufnehmen und ich kann mich hinstellen und dann spreche ich, was der Landrat sagt. Also das sind alles Dinge, die schon Routine sind bei uns. Also fragt mich einfach, wenn ihr was wissen wollt. Das bis jetzt. Ich komme noch mal mit einer Online-Beratung vielleicht und dann werden wir sehen, ob es eine Reaktion auf dieses Video gibt. Allein das Video ist allein schon ein Gag. Was möglich ist, man kann grundsätzlich alles kommentieren, wenn man will. Also man kann seine eigenen Werbeeinträge kommentieren und man kann, wie gesagt, den Gewerbeverein Michelstadt einblenden und was auch immer. Und mit einem guten Mikrofon kann man das alles besprechen. Also das geht bei uns hier, weil ich eine komplette Rundfunk- und TV-Ausstattung hier habe. Also das wissen die meisten. Also zum Beispiel, so als kleinen Anhang, wir haben, das werde ich also beim nächsten Mal erzählen, vielleicht eine gute Idee, falls es Interessenten gibt, die da ein positives Feedback geben. Also nachdem die Michelstadt kommen, nicht mehr irgendwie keinen interessiert, was keiner versteht, weil sie hat schon die Reichweite und da muss sich nichts neu aufbauen. und vor allem, man muss auch niemand bezahlen, der da auftritt, sondern man muss sich einfach gemeinsam hinsetzen beim Gewerbeverein und sagen, okay, wir machen jetzt eine Aktion, weil sie ist ja da. Aber unabhängig davon haben wir ja dann auch noch eine Idee gehabt. Bei der Pandemie war es ja so, dass vieles nicht mehr im Laden gekauft wurde in Michelstadt. Also habe ich auch wieder nicht aus Eigennutz, sondern weil ich weiß, dass wenn viele in einem Shop was anbieten, dann werden auch viele Kunden durchaus mal das Produkt des anderen kaufen, wenn sie das sehen im Cross-Marketing. Das ist bei Amazon ja auch klar. Wenn man oben irgendwas kauft, steht unten immer, das könnten wir auch noch empfehlen. Also einzelne Shop, eigene Shops zu machen in einem Ort wie Michelstadt ist genauso unsinnig. Aber wie gesagt, da sind die Egoisten da und die meinen ja immer, die könnten alles besser. Aber wie gesagt, während der Pandemie, da könnten wir dann später nochmal drüber reden. Während der Pandemie haben wir dann den Odenwald.shop, weil es gibt eine klare, es gibt nur einmal die Internet-Domain.shop.de und es gibt viele mehr mittlerweile außer.de. Aber .shop ist natürlich eine klassisch gute Domain für ein Shoppingportal. Und während der Pandemie gingen auch unsere Reisebuchungen von der Marke Reise24, die noch da ist, nach unten. Also musste man eine Alternative finden. Und dann sind wir in der Pandemie auf den Pandemie-Markt gekommen und haben dann einfach einen Shop gemacht und hatten einfach drei Domains zur Verfügung, die man für den Shop hatte. Und da haben wir gemacht Odenwald.shop, Michelstadt.shop und Erbach.shop und haben das auch nicht grundsätzlich dafür gedacht, dass das als egoistisches Portal für uns alleine ist. Aber wir haben es auch mehrmals angeboten, immer wieder, weil man trifft ja doch überall. Also ich kann mich erinnern, man trifft doch überall. Ich kenne viele Unternehmer und habe als immer den Tipp gegeben, lasst uns, verkauft euer Zeug bei Michelstadt.shop, wenn ihr aus Michelstadt seid, wir können. Der Witz dabei ist, die meisten Leute würden ja das nur als Werbung sehen. Also es würde am wenigsten verdient werden durch Online-Kauf, sondern man würde grundsätzlich erstmal die nettesten und neuesten Produkte reinstellen, aber die Leute würden ja dann doch in den Laden gehen. Ja, wenn sie können. Also manche würden aber dann auch die Chance haben, wenn sie aus Mittelstadt draußen sind und es wäre irgendwas, was spezifisch für Michelstadt, die könnten es ja trotzdem bestellen. Aber grundsätzlich ist es ja gleichzeitig auch eine Werbeplattform, Michelstadt-Shop für die Werbeplattform für alle. Also die Ware muss ja nicht unbedingt bestellt werden, sondern man kann sie sich angucken und kann sie dann holen. Genauso habe ich irgendwann mal eine Zehn... Also irgendwann fiel mir mal ein, also Ideen hatte ich ja immer, irgendwann fiel mir mal ein und je kürzer die Domain sind und je prägnanter die Domain ist und ich denke mir immer so den Mehrfachnutzen... Also irgendwann mal habe ich gesagt, wir bräuchten mal ein Ticketportal für den Odenwald vor 15 Jahren. Wir bräuchten mal ein Ticketportal für den Odenwald und dann habe ich gedacht, durch das, dass das... Es ist ein Kurz... Es gibt ein Kurzname für Tickets aus dem Flugbereich, das hatte ich, das ist Tix, T-I-X und ich habe dann einfach ein O davor gesetzt, weil damals waren die ganzen, als ich Domains reserviert habe, das kriegt ihr heute gar nicht mehr, eine vierstellige Domain und da habe ich irgendwann so auf Verdacht gesagt, okay, ich reserviere mir jetzt O-Tix, das geht für Online-Tickets, das kann ich aufbauen, und wenn ich hätte Partner gehabt, hätte man da ein Riesenportal gemacht, weil die ganzen anderen Ticketportale kamen alle nach O-Tix. Nur wie gesagt, ich hatte ja gar nicht die Zeit, jedes einzelne Projekt, das in meinem Kopf entstanden ist, überhaupt auszuführen, weil geht ja gar nicht und wie gesagt, es war... Man wollte ja noch ein bisschen leben. Aber wie gesagt, O-Tix zum Beispiel für ein gesamtes Odenwald-Ticketprogramm, das wirklich auch vom Domain-Marketing her, also so eine kurze, prägnante Domain, wäre natürlich auch ein Ding gewesen und das kann man dann auch noch in den Job einbauen und dann hätte man im Odenwald-Job auch noch ein zentrales Ticket-Verwaltungssystem. Also Möglichkeiten gibt es da viele. Vielleicht gibt es irgendwelche Interessenten, die junge Leute, die noch Lust haben, mit mir zu reden, weil ich gebe jetzt, ich muss jetzt, weil meine Krankheit, einige wissen, dass ich so viel Lebenserwartung nicht mehr habe, muss man sagen, das macht mir aber nichts, weil ich fühle mich eigentlich gut. Aber es wäre schade drum, wenn die ganzen Projekte wegen dieser Trägheit, die im Odenwald herrscht, dann irgendwie getötet werden. Ich glaube, Einstein war es, der hat es mal auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, meistens ist der Ideengeber schon gestorben, wenn eine Idee zum Tragen kommt. Also ich muss mich wohl daran, muss mich wohl daran gewöhnen, dass das so ist. Aber wie gesagt, wenn irgendjemand da draußen noch Bock hat, mit mir zu reden und die Trägheit, die seit Jahrzehnten im Bereich des Internets hier herrscht, aufgibt und dann kann man daraus was machen. Aber wie gesagt, ich wette, ich habe hier angefangen mit dem Projekt Odenwaldshop, bin ich wieder abgedriftet, es ging um die Möglichkeit, ich bin auch bereits bei den Shops auf einer Kombination, die bis jetzt noch keiner anbietet, nicht einmal Amazon, die gibt es aber aus dem Fernsehen und durch das, dass ich ja auch eine komplette Live-Broadcasting, also Übertragungseinheiten habe mit mehreren Kameras, Green Screens und alles über die Jahre gemacht, so wie das jetzt hier, also es gibt alles, es gibt jede Menge Mikrofone, das ist jetzt mal eine günstige Kamera, normalerweise könnte ich auch mit einer anderen Kamera arbeiten, aber so lässt sich das machen und die Idee war, wer da Interesse drin hat, also nicht nur Dinge anzubieten in einem Shop per Produktdarstellung, sondern durch die Möglichkeiten des Videoverkaufes eben auch sowas zu machen, regelmäßig einmal in der Woche eine Verkaufssendung zu machen für Interessenten, immer auf dem Michelstadtshop oder auf dem Odenwaldshop oder gemeinsam oder bei OdenwaldTV, das kann man streuen, wie man will, aber eine Verkaufssendung zu machen, wo sich verschiedene Michelstädter Unternehmer, also Läden, die ein Produkt verkaufen wollen, einfach darstellen und ein Produkt anbieten und sagen, du, ruf an, bestell oder komm bei uns im Laden vorbei, das macht bis jetzt überhaupt keiner, als wenn sie mir wieder die Idee klauen, ich bin mal gespannt, wann der erste kommt, warum ist denn da ein Kreuz drauf von mir, Na gut, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht zu lang wird, aber vielleicht, wenn Interesse besteht, könnt ihr euch mal melden, das wird jetzt natürlich überall, das wird jetzt überall im Internet natürlich auch laufen, weil, das ist ja schon, man sieht, was ist denn das wieder, Leseleiste, das wird überall im Internet laufen, damit man auch mal sieht, welche Reichweite man überhaupt kriegen kann, also ich bin, früher habe ich mich und mein eigenes Gesicht rausgehalten, aber, wie gesagt, die Kürze des restlichen Lebens, sagt, aber was soll's, ich meine, ich erzähle jetzt einfach die Wahrheit und wer mit mir klarkommt, soll klarkommen und die anderen von Idioten lasse ich mich gerne unterschätzen. So, erst mal, Dankeschön für die Geduld, ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen, ich erzähle schon wieder zu viel, aber wie gesagt, ihr seht hier, Mittelstadt kommt noch mal zum Abschluss, ist von, in den letzten Jahren 116 Mal abgespeichert worden, bei Archiv.org, man kann also immer gucken, was über die letzten Jahre, das ist ganz interessant, man kann also immer gucken, was über die letzten Jahre, wie das so aussah, ich bin jetzt gerade mal, zum Abschluss, ich bin jetzt gerade mal drauf, was war, ah ja, ja, klar, praktisch, was ist das hier, noch gar nichts, also das war irgendwo 2011, was Michelstadt war, dann haben wir hier, ach ja, toll, das war, weiß ich nicht, es ist gar nicht so interessant, aber man kann nicht, vielleicht kann ich mal über die Jahre hinweg gehen, so, das war 2013, aber da kommt nichts, da ist nur irgendwas anderes, also die war nicht geschalten, ab wann sie, dann, das kann sie nicht mehr, da geht er dann irgendwo weg, ach so, ja, da, da ging er auf Odenwald TV, auch gut, aber jetzt reicht's, jetzt hab ich euch genug gesagt, also, Arrivederci, wer Interesse hat, findet mich, wenn er, ich hab mir ja auch meinen eigenen Hashtag geschaffen, das ist natürlich auch frech, aber wenn man einen Hashtag hat, der relativ exklusiv ist, dann hat man natürlich auch in den Suchmaschinen dementsprechend Erfolg und mit dem Hashtag, ach ja, seht ihr, da kommt jetzt mal, ach guck dir das an, die, am 2016 ging die, da ging die michelstadt.com auf ORIG TV, Online-Regionalfansehen, ja, ja, kann man nicht mehr gucken, alles gut, da wurde die umgeleitet, ja, ja, ich rede zu viel, ich muss jetzt aufhören, also, wer Lust hat, eh zu lange, so ein Video hört sich eh keiner an. Tschüss.